Von daher, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Technologie. Es ist eine Technologie, weil nichts, was der Mensch entwickelt hat, nichts, was die NASA entwickelt hat, nichts, was das Militär, CIA oder irgendwer entwickelt hat, funktioniert so perfekt wie dieses Körper, Geist, Seele, System. Du isst eine Banane, drei Stunden später ist die Banane Teil deines Körpers. Völlig verstoffwechselt. Weil Fleisch dauert das drei Tage. Deswegen überleg dir, was du isst. Man soll ja jeder essen, was er will. Aber letzten Endes ist es einfach so, wenn du Fleisch isst, nur mal so nebenbei, das braucht drei Tage, um verstoffwechselt zu werden. Und der Körper muss unheimlich viel Energie aufbringen, um das zu verstoffwechseln. Und diese Energie kann er definitiv für andere Dinge besser verwerten. Die Funktionsweise des Auges. Die Tatsache, dass du auf die Welt kommst, das Erste, was du tust, ist Atmen. Das Letzte, was du tust, ist Atmen. Alles dazwischen ist Zirkus.